So, und damit ein herzlich Willkommen zu meinem Let's Play RimWorld. Die gute Angel hat sich endlich wieder erholt. Und packt den jetzt erst einmal in sein Bett. Jetzt hat das Brummen aufgehört. Okay. Ein Überfall. Juhu. Zwei Leute kommen jetzt angerannt. So, und dich können wir schon mal Bescheid machen. Und dich auch. So. Wir stehen schon mal bereit. Hier brauchen wir noch Schlafplatz für Tiere. Ist das alles noch dieses? Mache ich hier hinten ran. So. Er kommt hier. Feuer. 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 So. Tot. Tod. Das heißt, ich mache jetzt hier Pause im diverses Gräber. Jetzt gleich jeder, der hier reinkommt, erstmal über die Gräber stolpert. So, du warst doch eigentlich auch in der Verfassung. Ja. Das heißt, du nimmst mal die Pistole in die Hand. Jetzt haben wir denn noch ein Essen, acht Portionen, gut, nicht viel, aber immerhin, Turkey-Fleisch. Wer hat denn schon wieder schlechte Laune? Du, warum? Ist doch wieder alles gut, du hast Schmerzen und rennst nackig rum. Ach nee, du hast noch eine Hose an. Jetzt rennst du nackig rum. Wer denn? Ah, der schon wieder. Das ist doch echt nicht mehr lustig mit dem. Also langsam geht mir der auf die Nüsse. Ich glaube, wenn der jetzt das nächste Mal austickt, dann ist er tot. Dann wird er von mir exekutiert, dann wird er vernichtet. Dann leg du dich auch mal lieber hin hier. Ein guter Charles. 1,6%. Rennst du eigentlich auch nackig rum hier? Ja, die rennt komplett nackig rum. Ah, die Kartoffeln sind wieder reif. Sehr schön. Ich will aber auch nicht wirklich was anziehen, weil Kleidung haben wir jetzt eigentlich. wenig Nahrung, ich hatte doch gerade noch viel weniger. 17 Mal, also bitte. Was habt ihr denn? Was ist denn jetzt mit diesem blöden Mann? Schließt er sich jetzt uns an oder nicht? Erholt hat er sich, dann kann er gleich wieder austicken, oder? Ganz, ganz blöd. Ganz, ganz doof, was ihr hier macht. Ihr legt ja eine Waffe in den Raum. Hakt's bei euch. Aber mal ganz schnell austauschen, bitte. Weg mit dem Regal. Ihr legt den zwei Waffen ins... Nehmt das raus. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ihr wollt unbedingt sterben. Da war ein Herzchen. Jackie hat wieder abgelehnt. Der kommt nicht ran bei der. Ah, der steigert sich schon. Er wird beliebter. Aber ran kommt er nicht. Noch nicht. Mal gucken. Ich glaub schon. Die rennt nackig rum, der rennt nackig rum. Die haben doch beide was gemeinsam. Zwei Nackedeis. So, macht ihr mal das Regal da raus? Wär das mal so... Nö. Wollen sie nicht. Ansonsten schaut, dass der sich uns anschließt. Dann kann er so einen Knüppel haben. Ach, jetzt zieht sich Charles doch an. Was? Tritts ist an Sinnesmechaniten erkrankt. Was sind denn Sinnesmechaniten? Jackie ist an Sinnes... Äh... Ist er auch? Was sind denn Sinnesmechaniten? So, mal bitte das Regal und die beiden Knüppel da rausnehmen, bitte. So, so gefällt mir das schon ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen. So... 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 Dann müsste das auch funktionieren. Sinnesmechaniten. Zeigefinger abgeschnitten. Zeigefinger abgeschossen. Gunshot Injury. Eine permanente Verletzung am rechten Auge. Das verbessert alles, reduziert aber das Bewusstsein. Also die Erschöpfung. Hm. Sinnesmechaniten. Ha. Wir sagen nicht verletzt. Wenig Nahrung. 17 Mal muss reichen. Also bitte... 4,1%. Schließ dich doch uns an, Drills. Na, diese Sinnesmechaniten, die machen mir doch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Na, probiert es jetzt wieder. 5,8%. Wie schaut es denn bei dir aus? Fühle mich gut. Ausgefranste Kleidung. Kelte in Gefangenschaft. Krank. Stärkere Schmerzen. Hm. Hm. Kann ich nicht viel für dich tun. Nicht so wirklich. Ach ja. Wenig Nahrung. Sehe ich anders. Was ist denn mit den Mufalus? Haben wir die schon getamt? Wind. Nee. Oh, die Erdbeeren wachsen schön. Der komische Mais ist auch noch nicht reif. Häger ohne Waffe. Ah, Drills hat sich uns angeschlossen. Sehr schön. Dann können wir doch das gleich mal wieder in normales Bett machen. Und das auch. Und das auch. Ein Krankenbett, lassen wir mal lieber. Möbel, Holzbett. So. Eine Lampe dazu. Ein Regal. Ein Blumentöpfchen. Ein Tisch. Und zwei Stühle. Und dann kommt hier auch noch der Boden rein. Und dann haben wir schon den zweiten Raum fertig. Mehr oder weniger. So. Drills. Was machst du denn? Was kannst du denn? Was war denn mit dir los? Nahkampf. Also der ist ein guter Kämpfer. Und Bergbau. Na, dann machst du hier. Nee, das machst du nicht. Das machst du überhaupt nicht. Nee, jagen auch nicht. Landwirt. Ja, wenn es nichts anderes gibt. Bergarbeiter machst du eins. Schmied. Machen wir noch nicht. Träger eins. Träger eins. Und Reinigung eins. Du machst ein bisschen andere Sachen. Genau. Und Beschränkung. Zack. So, der Len. Dann muss das ganze Zeug da nochmal raus. Zone, Abfall. Lager. So, Lager. Ich will, dass das da da dazu gehört. Also, zack. So, danke. So, manchmal ist das echt ein bisschen umständlich. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Aber ich muss sagen, es klappt besser. Jetzt haben wir Charles und Drills und die drei Mädels. Ja, als nächstes fangen wir hier mit der Erforschung an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Rimworlden wieder. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis dahin. Macht's gut.